Ich will mit einem Verantwortlichen sprechen. Sie können niemanden täuschen, wenn Sie sagen, dass das, was passiert ist, eine Naturkatastrophe war. Sie lügen. Das war kein Erdbeben und es war auch kein Taifun. Denn die Wahrheit ist, dass Sie da draußen etwas verbergen. Und das wird uns alle zurück in die Steinzeit schicken. Gott, steh uns bei. 1954 haben wir etwas aufgeweckt. All diese Nukleartests im Pazifik waren keine Tests. Sie haben versucht, es zu töten. Ihr habt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Können Sie es töten? Die Arroganz der Menschen ist zu glauben, wir hätten die Natur unter Kontrolle. Und nicht andersherum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017